Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie spielt jetzt die Rolle von deiner Schwester. Das spielt halt diese Publikantin. Ist ja wurscht. Schauspieler kann jeder werden. Sag mal, kann es sein, dass du die Geschichte überhaupt nicht verstanden hast? Ja, tut mir leid, ich kann halt auch nicht spielen, wenn ich keinen richtigen Anspielpartner habe. Also kein Professionell. Wollen Sie es nicht einfach so schreiben, wie es ist? Wie? Ich glaube, er ist ein bisschen überfordert. Und dann kommen diese Schauspieler, die irgendwie da was reininterpretieren aus ihren Neurosen heraus. Das macht einfach jeder, was er will, ja? Das hätte ich schon lange machen sollen. Ich habe selber auch Ideen. Ich habe noch viel mehr Ideen. Ich kann bei so Konflikten ganz, ganz schwer spielen. Die nehmen sich alle so wichtig. Was ist jetzt? Entschuldigung, aber die ist wirklich schwanger. Natürlich ist sie schwanger, aber es denkt man sieht. Das ist doch Quatsch. Die Erfindung der Liebe. Damit kann man doch gar nichts anfangen. Ich meine, was soll denn das heißen? Einer meiner besten Titel. Einer meiner besten Titel.